Guten Morgen, ich wünsche euch allen einen ganz tollen dritten Advent und Sonntag und es ist natürlich Zeit für das 13. Türchen. Heute habe ich einen Gewinn für euch von Bellybutton und zwar ein dreiteiliges Pflegeset für Babys. Also, ich drücke euch die Daumen, kommentiert diesen Beitrag, teilt ihn sehr gerne und viel Spaß beim Gewinnen. Tschüss!